Eigenschaften in C-Sharp sind etwas super Nützliches. Der Getter und der Setter erlauben uns wirklich sehr sehr kontrolliert auf die Werte der Eigenschaften zuzugreifen. Aber warum sollten wir eigentlich Eigenschaften erstellen mit leeren Gettern und Settern anstelle von so einem einfachen öffentlichen Feld? Wäre ja eigentlich weniger Schreibarbeit. In diesem Video werde ich dir erklären, warum man das so macht. Ach ja, Eigenschaften. Zuerst deklarieren wir eine private Variable, die den Wert der Eigenschaft halten soll. Dann erstellen wir unsere Eigenschaft, definieren für die Eigenschaft einen Getter, der einfach den Wert returnt. Und dann bauen wir noch einen Setter, über den wir einen Wert auf unsere private Variable zuweisen können. In diesem Beispiel sorge ich dafür, dass der Eigenschaft Name nur dann ein Wert zugewiesen werden kann, wenn der Name, den man zuweisen möchte, keine Sonderzeichen enthält, sondern nur Buchstaben. Und somit haben wir den Wert der privaten Variable gekapselt und können nur kontrolliert über die Getter und Setter von außen darauf zugreifen. Sehr coole Geschichte also. Braucht man das alles jetzt aber nicht. Möchte man also keinen eigenen Setter oder einen eigenen Getter definieren, dann kann man auch eine sogenannte automatisch implementierte Eigenschaft in C Sharp nutzen. Da können wir uns diese ganze Schreibarbeit hier sparen und auch die Deklaration dieser privaten Variable hier oben sparen. Da löschen wir das einfach mal weg hier und definieren diese Eigenschaft mal neu und schreiben einfach Public String Eigenschaft Name geschweifte Klammer auf Get Semikolon Set Semikolon geschweifte Klammer zu. Das ist wie gesagt eine sogenannte automatisch implementierte Eigenschaft und ja, diese hat einfach den Vorteil, dass man hier nicht viel schreiben muss, aber trotzdem dann eben hier einen Getter und einen Setter hat, einen leeren jeweils. Jetzt fragen sich aber sehr viele Leute, warum sollten wir denn überhaupt eine Eigenschaft erstellen, die einen leeren Getter und einen leeren Setter hat? Warum nehmen wir dann nicht gleich einfach hier ein öffentliches Feld, wie zum Beispiel int h? Warum sollten wir uns hier überhaupt noch die Mühe machen, das hier zu schreiben? Und das hat jetzt verschiedene Gründe. Der erste Grund ist der meiner Meinung nach wohl wichtigste und zwar, das .NET Framework erwartet tatsächlich von uns, dass wir Eigenschaften verwenden, auch wenn wir jetzt ja eigentlich gar keine eigenen Getter und Setter bauen würden. Deswegen gibt es ja die automatisch implementierten Eigenschaften, damit man das Ganze schneller machen kann. Aber warum ist das so? Naja, im .NET Framework selbst werden eben auch für so gut wie alles Eigenschaften verwendet und auch wenn es um spezielle Features geht, wie zum Beispiel das Data Binding, wenn wir zum Beispiel in der WPF oder in Windows Forms eine grafische Benutzeroberfläche bauen und dann an bestimmte Kontrollelemente einen bestimmten Wert binden möchten, dann funktioniert das tatsächlich nur mit Eigenschaften. Mit einer normalen Variable, die öffentlich ist, würde das Ganze nicht funktionieren. Um uns in dieser Hinsicht also potenziellen Frust in der Zukunft zu sparen, machen wir es einfach gleich richtig. Es ist ja nicht so viel mehr Aufwand, eine automatisch implementierte Eigenschaft zu nutzen und dann sind wir auf jeden Fall für diese Fälle in der Zukunft gerüstet, falls wir denn zum Beispiel mal Data Binding nutzen möchten. Und wie gesagt, das .NET Framework nutzt auch für so gut wie alle Dinge Eigenschaften, für alle Werte eben, die in einzelnen Objekten öffentlich sind und entsprechend sollte man sich an diesen Stil dann auch selber halten. Die Eigenschaften sind ja ein Feature, das nicht umsonst hinzugefügt wurde. Punkt 2 ist ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger. Und zwar lautet dieser, Eigenschaften können in Interfaces vorgeschrieben werden. Normale Felder können das nicht. Wenn wir also ein Interface E-Person definieren und jede Klasse, die dieses Interface implementiert, soll einen Namen haben, dann können wir das nur als eine Eigenschaft vorschreiben, nicht aber als ein Feld. Kommen wir zu Punkt Nummer 3 und dieser lautet, vielleicht wollen wir irgendwann mal einen eigenen Getter bzw. Setter bauen. Wenn wir da im Vorfeld schon eine automatisch implementierte Eigenschaft genutzt haben, dann können wir das ganz einfach machen, indem wir den Getter und den Setter ausschreiben. Und dabei würde sich unsere API von unserem Programm überhaupt nicht verändern. Würden wir in so einem Fall jetzt aber ein öffentliches Feld zu einer Eigenschaft umbauen müssen, dann würde sich unsere API verändern und das wäre natürlich ganz schön blöd. Dementsprechend ist es auch in dieser Hinsicht sehr sinnvoll, wenn man einfach schon im Vorfeld sagt, okay, ich halte mir das für die Zukunft mal offen, vielleicht möchte ich ja irgendwann eine eigene Logik in den Getter bzw. den Setter reinschreiben und bis dahin nutze ich einfach eine automatisch implementierte Eigenschaft. Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt und zwar zu Punkt Nummer 4. Man kann die Zugriffsebenen vom Getter und Setter bei einer automatisch implementierten Eigenschaft oder bei einer Eigenschaft allgemein ganz einfach ändern. Nehmen wir zum Beispiel diese Eigenschaft Name von unserer Klasse Person. Da können wir hier einfach sagen, okay, wir wollen, dass man hier den Wert von Name ganz einfach von überall aus lesen kann, aber wir wollen, dass der Setter private ist. Und damit können wir jetzt ganz einfach sagen, okay, man kann den Wert von außerhalb der Klasse lesen, aber beschrieben werden kann der Wert nur von innerhalb der Klasse. Das sind eben auch so Vorteile, die wir nutzen können, wenn wir solche Eigenschaften nutzen, anstelle von einer ganz normalen Variable. Und ich denke, diese ganzen Beispiele haben jetzt gereicht, um zu zeigen, dass es in der Regel einfacher ist, wenn man hier einfach noch dieses Get Set dran hängt, selbst wenn man jetzt keinen eigenen Getter oder Setter implementieren möchte. Das macht in den allermeisten Fällen einfach viel mehr Sinn, das gleich so zu machen. Und ja, in diesem Sinne war es das dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonnier doch diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir bringen regelmäßig programmierbezogenen Content, genau wie diesen hier. Und wenn das genau dein Ding ist, dann lass auf jeden Fall ein Abo da. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit bis dahin. Auf Wiedersehen.